Hallo, mein Name ist Farid Gengbeng. Ich habe eine Frage. Kann man bei Ihnen chinesische Nudeln bestellen? Äh, heute kann ich. Normalerweise ja. Nur heute nicht, weil heute kann ich das nicht schaffen. Ich brauche was für den Eiweißgehalt in meinem Körper. Haben Sie chinesische Nudeln? Haben Sie chinesische Nudeln, aber heute kann ich das auch machen. Was können Sie denn machen? Äh, Spätzle. Spätzle? Ja, weil jetzt ist es ganz zu voll. Die Küche schaffen nicht. Ja. Aber ich bin Farid Gengbeng. Ich bin, äh, großer Gangster Rapper im, äh, Deutschrap. Kennen Sie... Ich kann mich nicht verstellen, Entschuldigung. Zwei Puzzle. Zwei Eingereist. Habe Sie nicht verstanden? Ich kann mich nicht verstellen. Kann man, kann man vorbeibringen oder soll ich kommen? Ich kann verliebt werden. Aber, ja, ne. Really, nigga. Geht gar nichts, oder? Nur einmal Nudeln bestellt, dauert lange Zeit. So, jetzt kann ich nichts aus dem Haus machen. Ja, aber das ist kein Problem. Ich habe Zeit. Komm, sei Dank. Ja, dann können Sie alle fangen kommen. Da kann man kommen, ja? Ja. Ja gut, dann, äh, bis gleich. Machen Sie schon mal alles bereit. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Es war schwierig, in der Rolle zu... Sie tat mir ein bisschen leid. Ja, und du dachtest? Sie kam mit der arbeitlichen Teher. Das tat mir ein bisschen leid. Nein, äh, darüber macht man sich nicht lustig. Also darüber macht man sich nicht lustig. Freude. Scheiße, ich habe schon noch finesisches Essen. Ah. Und, ähm... Zip, zip, zip.